Hallo und zurück, nee, hallo, hallo, wir sind zurück an diesem Tisch, an diesem Tisch, wo große Sachen besprochen werden. Oder? Oder auch nicht. Oder auch nicht. An alle fotografieinteressierten Menschen da draußen am Start ist Herr Vorderbrück. Und Herr Krolop. Und wir haben mal wieder die Frage, wer ist eigentlich dieser? Gerst? Gerst, genau, der erstmal wieder weder unterm Tisch, noch hinterm Tisch, noch nebentisch. Aber er hat ein Buch geschrieben, Hashtag Werbung. Thilo, ich würde gerne mit dir über zwei Dinge sprechen. Erstmal würde ich dir gerne gratulieren. Dankeschön. Wofür? Wir haben 100.000 Abonnenten bei YouTube bekommen. Ja, dann erstmal Gratulation vor allem auch an dich, du bist am längsten mit dabei. Ja, aber du bist auch schon ganz schön lange mit dabei. Und ich glaube vielleicht sogar, dass du mehr Arbeit reingesteckt hast in den YouTube-Kanal als ich. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube das schon. Okay. Aber auch an dieser Stelle nochmal, das vergisst man oftmals. Das sind nicht die Leute, die Namen vorne draufstehen haben, sondern es sind eigentlich die Leute, die leider den Namen nicht draufstehen haben, die die eigentliche Arbeit machen. Und wenn das schon in unserer normalen Welt so ein bisschen zu kurz kommt, wollen wir das hier auch gerne benannt haben. 100.000. 100.000. Deswegen auch, das Dankeschön geht auch quasi zurück auf die andere Seite des Bildschirms, weil ohne die Leute, die zuschauen würden. Machst du uns hinten rein so einen YouTube-Button? So jetzt für das? So einmal hier. Der kann ja hier oben sein, so ganz billig. Also reingephotoshoppt. Ja, vielleicht für ein Minütchen oder so. Oder für fünf? Ja, mal gucken. Das kann man sich bestellen, oder? Das kann man sich dann, glaube ich, irgendwann, ich habe heute noch nachgelesen, zufällig. Also man kriegt den nicht, ne? Man kriegt einen Gutscheincode dafür, habe ich gelesen. Wenn man die Sachen erfüllt. Also 100.000 kann man sich dann selber einkaufen. Genau. Und dafür kriegt man halt, weil das kein öffentlicher Shop ist, glaube ich, irgendwas für einen Code oder so einen Link oder so, wo man das dann machen kann. Aber wir hätten wohl tun müssen, ne? Also, wäre schon cool. Ja, schon, ne? Ja. Ist auch ganz komisch gestaffelt irgendwie. 100.000 Silber, dann eine Million ist der nächste Step. Ist dann Gold. Ja. Und da gibt es eben noch Diamant und Schlag mich tot. Okay, eine Million wird man nicht erreichen. Nee, ich denke auch nicht. Das ist durch. Das würde ja bedeuten, dass jeder 80. Deutsche uns abonniert hätten haben müssen. Das funktioniert ja gar nicht. Nee. Gut, gibt auch noch ein paar Österreicher und Schweizer. Aber sehr, 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 sehr wenige. Wesentlich weniger als Deutsche. Ja. Klingt komisch, aber ja. Aber ja gut, die Millionen, die geben wir direkt auf. Ja. Aber 100.000 ist ja auch mal eine schöne Nummer. Ist schön. Schöne Nummer. Ist Silber. Aber es hat ja auch gedauert, bis wir dort waren, ne? Definitiv. Ich habe auch letztens noch drüber nachgedacht. Ich glaube, als ich, das können wir jetzt zurückverfolgen eigentlich, ne? Aber ich meine, wir waren noch unter 20.000, als ich angefangen habe. Wir hatten auch damals eher gedacht, YouTube dachte, das ist Blödsinn, das ist eh nichts cooles. Wir bleiben bei Facebook und Instagram war uns auch zu modern. Aber muss man sagen, YouTube ist die Plattform, die sich am konstantesten durchgezogen hat. So bei, auf allen, also. Schon, ne? Sämtlich im Social Media Bereich, ne? YouTube ist irgendwie nicht tot zu kriegen. Ähm. Ich glaube, ich glaube, aber ich glaube, es gibt ja auch so YouTube-Ableger in Asien, in China und in Indien oder sowas zum Teil. Ja. In Russland auch, ne? Stimmt, ja. Gab auch mal was Deutsches. MyVideo.de. Ach, MyVideo.de. Wurde es aufgekauft oder wäre es nicht einfach kaputt geworden? Ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, das wurde von MySpaß aufgekauft und das gehört zu Vimeo. Ich weiß es nicht. Ganz, ganz komisch. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das YouTube-Zeugs auch sich nicht lohnt, weil allein die Traffic- und Serverkosten ins Unermessliche steigen. Ich glaube, ich glaube, dass es quersubventioniert durch Google selbst. Dass die natürlich mit YouTube auch dadurch mit AdWords und AdSense und sowas interessant werden. Aber ich glaube, die meisten Leute schalten bei Google mit YouTube-Werbung. Also inklusive. Weißt du? Ja, ja. Das kann gut sein. Aber ich glaube, YouTube macht schon Cash. Glaube ich schon. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Aufwand, der damit verbunden ist, den unterschätzt man oftmals. Das ist ja kein Computer, der irgendwo steht. Nee, nee. Schon klar. Was dann Datenmengen hochgeladen wird. Ich habe mal irgendwo, habe ich mal gelesen, was allein Facebook an Festplatten kauft, jeden Tag oder so. Und wie viele Stunden oder Tage Videomaterial pro Minute hochgeladen wird bei YouTube. Das ist auch krass, ne? Das ist so absurd. Also so viel kann man nicht gucken. Ja, und man fragt sich immer so, boah, wie viel, also die Rechnerei, klar, man weiß ja, dass 4 Milliarden Menschen oder 10 Milliarden Menschen oder was auch immer, wie viel es gerade aktuell gibt, sehr schlecht informiert, aber man weiß, dass da sehr viele Menschen irgendwie Content produzieren, aber das ist, wenn man sagt, so eine Minute, 20 Stunden oder sowas, was ja gar nicht hinhaut, dann fragt man sich so, wie geht das? Wie speichert man das und komprimiert das? Aber ja. Aber wir haben halt einfach einen sehr coolen, frischen Start gehabt. 2009? 2009 waren wir, glaube ich, bei YouTube. Ja. Ich glaube, das gibt es seit 2006 oder sowas. Ich wollte gerade sagen, damals hat es wahrscheinlich noch nicht mal zu Google gehört. Also wir hatten eine private E-Mail-Adresse von jemandem bei YouTube, so einen Ansprechpartner, der auch sie mal gemeldet hat bei uns. Hey, wie geht's euch? Wir so, ja, nervlich. Lass uns in Ruhe. Ja, lass uns in Ruhe. Und deswegen haben wir auch verdammt wenig innen über die Jahre draus gemacht. Tja. Warum denkst du eigentlich, sind wir so unerfolgreich bei YouTube? Also, Achtung, ich weiß das jetzt schon wieder direkt so, das ist kein Fishing für Kompliments, sondern im Vergleich, sind wir mal ganz ehrlich, sind wir ein kleiner Fisch und vor allem auch in der Fotoszene sind viele an uns vorbeigezogen. Ja, ich glaube halt, es liegt daran, dass wir das nicht hauptsächlich machen. Ich glaube, wenn wir nur YouTube machen würden, wäre es vielleicht auch was anderes. Ja, aber zum Beispiel so ein Michael Leidl, ne? Grüß Gott, Herr Leidl. Das war jetzt ein Insider. Ja, nicht so ein Insider, aber der Michael ist ja an uns auch vorbeigezogen. Ich glaube, der hat jetzt 130.000 oder sowas. Das ist Jahrzehnte nach uns irgendwie da bei YouTube aufgeschlagen. Und jetzt kommen wir nicht mit, wir sind zu nischig, weil der Michael, der hat einen Kanal mit Amazing Nature Alpha. Ja. Viel nischiger kann man nicht sein. Ja, aber wie gesagt, es ist ja nicht unser Hauptgeschäft. Wir haben noch andere Sachen irgendwie zu tun, machen das halt gerne. Meinst du wirklich, das ist der Grund? Wir sind zu unregelmäßig und so gewesen und so. Also wir hatten ja auch wirklich mal zwei Monate keine Postings. Das gab es zu Zeiten, ne? Und ich glaube schon, man ist halt so, man ist sehr verantwortlich, verantwortlich, abhängig vom Algorithmus, den ja auch nicht jeder versteht. Ich meine, es gibt Leute, die sich beruflich damit beschäftigen, wie YouTube funktioniert, die nicht bei YouTube arbeiten. Und da weiß man natürlich nicht, ja. Jetzt ist gerade mein Gehirn weitergesprungen. Okay. Liebe, liebe, liebe Zuhörer und Zuschauer und Rinnen, das tut mir sehr leid. Mein Kopf ist sehr sprunghaft. Das weiß der Thilo. Mit sehr viel Wehleid. Ja, ich komme damit klar. Ja, nach so vielen Jahren bleibt dir nichts anderes übrig. Ich muss. Ich habe letztens gelesen, Online-Coachings kann man zurückfordern. Geld ist, der BGH hat, glaube ich, entschieden. Wenn da was passiert? Und jetzt halte ich fest. Online. Ja, okay. Halte ich nicht fest. Halte ich gedanklich fest. So sieht Festhalten bei dir aus, gedanklich. Komm, jetzt lass mich mal beim Thema bleiben. Ich bin jetzt sehr schlecht in der juristischen Rezitierung, aber soweit ich das verstanden habe, ist es die Qualifikation, die Notwendigkeit eines Nachweises einer Qualifikation und bei einer fehlenden Qualifikation ist sozusagen der Ausbildungsvertrag nichtig, weil er der Grundlage entbehrt. Also, das ist jetzt sehr schwammig. Wahrscheinlich werden sich einige Juristen im Grab umdrehen und zuhören und sagen, der Krolop darf nie wieder. Also, das heißt, wenn ich mich fotografieren kann, aber trotzdem Fotografie-Coachings online anbiete, dann ist der Vertrag von vornherein nichtig eigentlich. Ja. Also, ich glaube, es ging aber sehr viel um Coachings und es ging sehr viel um so diese großen Abzocke-Coaching-Programme. Weißt du, so erfolgreich Business machen. So Business-Coaches, die halt keinen BWL-Lehrstuhl haben. Ja, gut. Aber es ist dann trotzdem die Frage, wie weiß man das nach? Nur über ein Blatt Papier? Es geht aber nur über Online. Es geht nicht, also Lehrgänge in Persona, die brauchen die Qualifikation, soweit ich verstanden habe, nicht. Das ist ja auch Banane, oder? Nein. Die Nachweisbarkeit sozusagen, also ich muss mir das nochmal genauer angucken, ich fand es aber sehr interessant, weil es geht schon bei diesem Urteil darum, wie nachvollziehbar sozusagen das überprüft werden kann, wie hoch der Aufwand ist, der verbunden ist, dass es teilweise sozusagen aus der Retourte kommt. Also, bei einem Live-Coaching musst du irgendwas, einen Raum anmieten, einen Raum haben und alles mögliche. Da steht mehr dahinter. Und wenn du auch nur ein Hotel mieten musst, du musst es mieten. Viele dieser Coachings haben ja so Programme, so sechs Wochen Programme und dann kriegst du eigentlich nur vorgefertigt, dass jede Woche abgespielt. Also, wir würden jetzt zum Beispiel unser Video-Tutorial nehmen. Available-Light-Fotografie. Zum Beispiel? Sehr genial. Eines der besten Video-Tutorials auf dem gesamten Markt über Fotografie und Lichtsetzung, Portrait-Fotografie. Eigenlob stinkt. Ich finde das riecht ganz gut. Das riecht ganz gut. Wenn wir das jetzt nicht als ein Training für 49 Euro verkaufen würden, sondern wir würden eine Masterclass draus machen. Eine Online-Coaching-Masterclass und wir würden dann jede Woche zehn Minuten davon ausspielen mit einer Work-Aufgabe und dann noch einem kleinen Live-Ding und dafür würden wir 3000 Euro verlangen. Ja. Aber dann kriegt man auch noch eine PDF oder sowas. Weil so, ich bin am Brainstormen. Voll gut, ey. Also, ab nächste Woche gibt es die Krone und Gerst. Nein. Aber verstehst du, was ich meinte? Es ist so, ich glaube, da geht auch teilweise der Schutzgedanke mit einher. Aber ja, ich muss mir nochmal durchlesen. Soweit ich es verstanden habe, ist die Qualifikation das Kriterium. Okay. Das heißt gut, dass wir kein YouTube-Coaching gebucht haben. Oder wie kam es jetzt da drauf? Ja, aber es gibt ja so Erfolg-Coaches und die alle zeigen, wie der Algorithmus geht, ohne ihn wirklich zu verstehen. Also, sag mal ehrlich, jetzt aus deiner Erfahrung heraus, wenn von diesen YouTube-Experten, wie viele denkst du, haben wirklich Ahnung? Es kann ja keine Ahnung davon haben. Weil es sich so schnell ändert? Weil es sich so schnell ändert und weil sich Google da ja auch überhaupt nicht reingucken lässt. Ja. Also, man kann natürlich Mutmaßungen anstellen und die stimmen vielleicht auch manchmal, aber weiß ich nicht. Damals, als Shorts neu waren, wurden die halt gepusht, was irgendwie logisch nachvollziehbar ist, weil die halt neu waren. Und quasi, ups, man belohnt werden sollte dafür, wenn man sowas hochlädt. Ja, die wollten ja auch TikTok ein bisschen nieder. Das kommt dazu, ne? Und dann eine gewisse Videolänge. Aber das ist ja alles, also. Das kann sich innerhalb von einem Klick ändern, ne? Eben. Und wir merken es ja auch oft. Also, was heißt oft? Aber manche Videos, denke ich mir auch, funktionieren unerwartet gut. Manche unerwartet schlecht. Ist mir übrigens aufgefallen. Und das ist vielleicht auch mal eine Sache an alle da draußen, die jetzt gerade zuhören und zuschauen. Ich finde es super krass, dass früher Tutorials genauso gut liefen wie Reviews. Und heutzutage laufen nur noch Reviews. Und wir irgendwie auch gar nicht mehr so richtig viel Bock haben auf Reviews. Muss man ehrlich gestehen. Ja. Und jetzt kann man überlegen, liegt das irgendwie an YouTube? Ist das vielleicht, also wahrscheinlich sind natürlich Reviews besser monetarisierbar. Da kannst du besser Werbung vorschalten. Es ist halt, es ist halt Such, weißt du so, da kommt eine neue Kamera und dann, dann suchen. Die schalten keine Werbung dafür eigentlich, ne? Nee, aber dann suchen Leute nach. Und ich glaube, der Algorithmus belohnt halt auch Anfragen nach Suchen. Ja klar. Aber, 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 das ist halt super traurig. Ich bin jetzt wieder bei diesem, bei diesem Wellbeleid. Nicht sehen, verstehen und nutzen. Also es hat einfach so Spaß gemacht, das Tutorial zu machen. Das ist so hilfreich, das ist so sinnvoll. Mit den ganzen Einblendungen, mit den ganzen, mit den ganzen Diagrammen, mit den Vogelperspektiven, der Drohnenaufnahme und so weiter und so fort. Wenn man sich den steigen lassen konnte auf dem mindigen Deug. Aber, ähm, das ist ja gar nicht mehr so richtig gewollt, gewünscht. Auf YouTube nicht mehr, nee. Das stimmt. Das ist krass, oder? Ja. Also man könnte natürlich auch lustige Vergleiche anstellen. Ich glaube, früher war unser Tutorial-Anteil wesentlich höher. Glaube ich schon. Ich glaube auch. Ja. Aber jetzt ist die Frage, haben wir jetzt, also. Woran liegt das? Eigentlich, wenn man, wenn man ein Angebot runterfährt, heißt ja nicht, dass die Nachfrage damit reduziert wird, sondern eigentlich wird ja die Nachfrage ist, also, das Angebot passt sich ja eigentlich der Nachfrage an und nicht die Nachfrage dem Angebot. Also, wenn kein Mensch mehr Diesel-Autos kaufen möchte, kann ich ja nicht zwei neue Diesel-Autos bauen und schon wieder bei Auto vergleichen. Verdammt, ich wollte es gar nicht. Aber es ist ein schöner Vergleich. Also, wenn kein Mensch mehr Diesel-Autos kaufen möchte, kann ich ja nicht zwei neue Diesel-Autos entwerfen und dann sagen, plötzlich wollen sie alle wieder. Ja, was? Da habe ich jetzt irgendwo einen Schlusswort vor. Sollen Autos jetzt Diesel-Autos gekauft werden oder nicht? Also, guck mal, jetzt will ja keiner mehr irgendwie alte Diesel-Autos scheinbar. Alle machen nur noch Elektro. Ja. Weißt du, da ist zu viel Politik mit drin. Lass uns einen anderen Vergleich machen. Bananen. Bananen. Die Welt will keine Bananen mehr. Ja. Nur weil ich nochmal 20 Bananenstauden anpflanze, erhöhe ich ja nicht die Nachfrage nach Bananen. Nee, das stimmt. Das heißt, wenn wir weniger Tutorials machen, jetzt als früher und die Nachfrage wäre gleich, müssten eigentlich die Klicks auf den Verbliebenen gleich sein oder höher. Oder höher. Weil es ja weniger gibt. Also, was ich meine? Ja, ich weiß auch nicht, warum sich das so komisch verschoben hat. Übrigens, Entschuldigung, das heißt immer noch Foto-Nerd-Talk. Ist jetzt ein bisschen metamäßig. Aber ist natürlich auch, da kann wahrscheinlich auch jeder seine eigenen Erfahrungen mal teilen, wie das ist. Sind wahrscheinlich ja schon ein paar Leute länger dabei. Auch auf diesem Kanal oder auf YouTube generell. Also, wir kriegen ja immer wieder, ich meine, ich lese es ja bei jedem YouTuber. Oh, früher hast du so viel mehr Fotografie gemacht, heute sind noch Reviews. Ja, aber wenn die Zahlen, weil Reviews halt die einzigen sind, die geklickt werden und man möchte ja schon auch ein bisschen, man macht es, dann nehmen wir uns ja nicht raus. So ein bisschen erfolgsgeil darf man ja auch sein. Also, weißt du, so ein Video machen, wo dann fünf Tage Arbeit drinstecken und dann gucken es 3000 Leute an. Ja. Boah, wir machen das ja oft. Was haben wir in letzter Zeit gewillt? Ich könnte jetzt mal das Handy rausholen. Machst du doch einfach mal. Mach ich doch, mach ich doch einfach mal. Ja, einiges. Ist vielleicht auch, also jetzt anderer Ansatz vielleicht, vielleicht kommt auch einfach mehr raus. Also, ich glaube, so Produktionszyklen sind schon, also, wir halten, wenn man das, Innovationszyklen, sind auch wesentlich schneller geworden. Ich meine, früher gab es eine Fotokina alle zwei Jahre lang. Also, wir haben hier DJI Transmission, ein 2000 Euro Funkübertragungsset für Video gemacht. Ja. Okay, hat 10.000 Views. Ja, moderne Lichtsetzung mit LED-Tubes im Boxstudio. Drei. Also, es gibt mehr Leute, die sich eine DJI Funkübertragung angucken als über Lichtsetzung. Wie man Lichtsetzung mit Tubes macht. Eine rotierende Platte für NL-Winkel für E-Mount. Jolanzi S63, 3.500 Views. Smoke Genie. Ey, wie oft setzen wir dieses Ding ein, ne? Sehr oft. Wahnsinn. Wie haben sich unsere Bilder verändert? Mega viel. 4.000 Views. APS-C Fujifilm X S20 mehr, I guess. Das ist 30.000. Ein Mikrofon, 3.000. Oh, ein Vogtländer Nocturne, 9.000. Sony Alpha 6700, was schätzt du? Auch 30.000. Mhm, 33.000. Hier, die Doku Run and Gun von Oli aus den USA. Fuji. Richtig, richtig, richtig geile Bilder. 10.000. Mhm. Und dann hier wieder Holyland, Booster für, ich meine, Kommunikationssystem 7.000. Es ist halt, hier, Marrakesch, die Geschichte hinter dem Bild. Dieses geile Porträt, was wir gemacht haben. Weißt du noch von dem Berger? Ja, wahrscheinlich erschreckend wenig. 5.000. Ah. Schade. Das ist der Hammer. Das ist einfach Wahnsinn. Ja? Das Handy-Video vom Sony Alpha Xperia 1 hat irgendwie 30.000. Weil es wahrscheinlich gut gesucht wurde, ne? Und hier, ein LED-Licht mit 100 Watt Akku betrieben, was echt ein Game-Changer ist. 3.000. Mhm. Also, wir machen ja Portrait-Fotografie und Schrott-Locations. Ein Sample aus diesem Available-Light-Videotraining. Mhm. 6.000. Immerhin muss man da fast sagen. Ja, gut. Aber wir wollen das ja jetzt nicht, wir wollen ja keine Negativstimmung aufkommen lassen. Nö, wir wollen ja nie, ne? Aber es ist schon interessant, man müsste das halt mal, also kann man natürlich nicht, weil sich Views natürlich ansammeln, aber ich würde gerne so eine ähnliche Statistik mal von vor fünf Jahren sehen. Weißt du? Ich glaube, da war es anders. Das ist echt sehr schwierig mit so einem Mathematiker zu diskutieren und sich zu erhalten mit dir. Warum? Weil du ein sehr logischer Mensch bist. Ich will ja nur sehen, ob es anders ist oder nicht. Ja, aber du weißt, was ich meine. Das ist schon, deine Betrachtung von Statistik ist schon immer noch ein bisschen abgefahren als der eines normalen Menschen. Dabei halte ich mit Statistik wenig am Hut. Aber es ist ein Grundfeature, oder? Von der Mathematik. Ja, weißt du nicht. Zahlenverständnis. Nennen wir es so. Zahlenverständnis. Deswegen ist 100.000 ja auch eigentlich egal, ne? Ist ja jetzt keine besondere Zahl. Das ist aber wirklich so. Ich glaube, ehrlich gesagt, guck mal, unser Workshop in Fuerteventura ist voll, ne? Ja. Ausgebucht. Also die zwei Fünfergruppen sind voll. Sarah fünf, ich fünf im Wechsel. Mehr als fünf Leute wollte mir nicht nehmen. Weil fünf Leute in einer Gruppe mit einem Model ist halt sehr elegant, ne? Fünf ist so ein Sweet Spot irgendwie. Einer mal fotografieren, einer bereitet sich vor und zwei, drei stehen drumherum und gucken ihre Bilder an und bereiten schon das Nachfolgende vor. Das sind ja, ich kenne ja die Leute jetzt, die sich dafür angemeldet haben. Ja. Und die sind ja teilweise auch schon so ans Herz gewachsen. Ich meine, zwei davon sind die Stuttgarter, die Quips-Leute, ne? Ja. Du bist ja sozusagen voll ausgestattet. Voll behangen mit Quips-Zeugs, ne? Gerade nicht, aber ja. Kurze Info, vielleicht können wir das auch mal einfügen. Quips, das ist eine ... Willst du es beschreiben? Ähm ... Ja, im Prinzip machen die Sachen ... oder fertigen Sachen aus Leder, unter anderem halt Kameragurte und vieles drumherum. Aber die machen das so ein bisschen wie Krolop Gers. Aus Spaß. Aus Spaß und deswegen sehr ... Sehr uneffizient. Uneffizient, aber halt auch sehr cool. Ja. Also wenn die jetzt sozusagen mehr Aufträge bekommen würden, könnten sie das gar nicht so ... Können sie wahrscheinlich nicht so machen, ne? Also deren Dinge haben alle eins gemeinsam. Sie machen keinen Sinn. So ein bisschen wie bei uns. Was ich meine? Ja. Wie so ein Schattenbuch. Ja. So überproduziert halt, ne? Also im Sinne von ... Einfach übers Ziel hinausgeschossen, so. Ja, ja, aber haben Leder, Kameragurte, wirklich geile Verkleidung von irgendwelchen Sachen. Taschen. Ja, ja. Wirklich cool. Ja. Und die beiden haben wir auch kennengelernt auf dem Einzelcoaching. Und ... Wir machen Einzelcoaching. Ja, und waren auch mal im Workshop dabei. Und das ist einfach so ... Das sind einfach coole Leute, ne? Definitiv, ja. Und das ist so ... Weißt du was? 100.000? Da sind dann so Leute dabei, Thilo. Wir wollen es jetzt nicht negativ werden lassen. Bitte. Aber wie oft hast du in den Jahren gehört, wenn ihr das so macht, dann muss ich euch wohl das Like entziehen. Das Abo entziehen. Ja, ja. Und ich denke mir so, hey, Moment mal, das ist doch nicht mal ein kostenpflichtiges Abo. Also, du kündigst ja jetzt kein Abo und hörst deine Zahlung auf. Also, warum denken die Leute seit vielen Jahren, dass sie uns bestrafen könnten mit einem ... Ja, weil es halt irgendwie so eine Währung ist, in Anführungsstrichen, ne? Aber deswegen sage ich ja, 100.000 ist ja eigentlich eine absurde Zahl. Also, wir werden jetzt nichts anderes machen, nur weil 100.000 da sind. Gar nichts. Null. Statt 98.000. Und trotzdem denkt man sich ja irgendwie, ah, ist schon cool, wenn so ein silberner Playbutton irgendwo hängt, ne? Aber ... Aber im Endeffekt ist es ja dumpi, dumpi, dumps egal, weil ja anscheinend eh nicht jeder Abonnenten alle Videos guckt. Also, musst du ja auch mal ... Ja, und vor allem die Werthaftigkeit einer Person steckt ja gar nicht in der Gesamtzahl dran. Das wollte ich ja eigentlich gerade sagen. Weißt du so? Das sowieso, ja. Du könntest ja wahrscheinlich den Kanal genauso erfolgen ... Du hast doch gesagt, 50% der Leute haben nur abonniert. Eben drum, sage ich ja. Also, ist wahrscheinlich immer noch so, hat sich nicht viel daran getan. 50% aller Leute, die ein Video gucken, haben auch nicht abonniert. Die mögen mich einfach nicht. Nicht genug, um zu abonnieren. Oder man vergisst es. Es wird ja auch immer besser, wenn man Call-to-Actions macht, ne? Habe ich bei einem Online-Seminar gelesen. Hast du ja Geld zurückgefordert? Äh, noch nicht, nee. Deswegen alle mal abonnieren und einen Daumen nach oben geben. Jetzt. Genau. Während man zuhört. Einmal kurz pausieren. Oder pausieren, kann man auch. Nee, einfach weiter weben. Wir machen ... Nee, wir warten jetzt wirklich noch. Du musst dann diese Geigen abhauen. Diese Ekelhaft. Okay, halten Sie los. Jetzt haben wir D-Abos gemacht. D-Abos und wieder unter 100.000. Ja, aber das ist ja der Punkt. Weißt du so, das ist eine ganz komische Szenerie oder Szene oder Community, ne? Ja. Wenn du nicht meiner Meinung bist, dann entfolge ich dich oder so. Das ist auch immer interessant. Wenn wir jetzt gerade bei YouTube sind, das weiß vielleicht keiner. Aber wer so richtig assi ... Ab und zu kommt, ja, ihr habt meinen Kommentar gelöscht. Und das machen wir nicht. Weil das ist dumm. Wir schicken in den Kommentar Nirvana-Himmel. Tino, willst du die Funktion kurz mal erklären an alle da draußen? Ausblenden kann man Kommentare. Ja, man kann Nutzer ausblenden. Also ja, man kann Nutzer auch ausblenden. Ist schön für Seelenheil, fürs eigene, oft. Ja, also auch wieder so eine Sache, dieser Vorwurf, wir würden Kommentare löschen, der ist super interessant, weil damit macht man den jeweiligen sozusagen darauf aufmerksam, dass man ihn gesehen hat, gelesen hat und gelöscht hat. Das heißt, wenn jemand einen richtig kacken Kommentar schreibt, dann will der meistens verletzen. Die sind unhöflich, die sind dreist, die sind frech und die wollen irgendwie auf die Kacke hauen. Und allein das Löschen heißt ja schon, okay, Message received. Deswegen, wenn man den Nutzer ausblendet, ausblenden ist auch ein schönes Wort, er verschwindet einfach im Nirvana und an alle da draußen, das funktioniert so, die Person selber merkt es nicht. Der eigene Kommentar ist weiterhin sichtbar. Für einen selber. Nicht markiert. Es ist nicht merkbar, dass man gerade eben ins Nirvana geschickt wurde für alle Ewigkeiten auf dem gesamten Kanal. Passiert. Also, aber auch da wieder so, du weißt so, ihr habt meinen Kommentar gelöscht. Warum würden wir nicht tun? Also, macht gar keinen Sinn. Ausblenden dagegen umso mehr. Und jetzt will ich euch das Abo wegnehmen und damit bestrafen. Ja. Wo man auch fairerweise sagen muss, nicht fairerweise, aber nicht alles, was einem vielleicht nicht angezeigt wird, ist gelöscht worden oder ausgeblendet worden. Also, ausgeblendet worden, weil YouTube manchmal auch Sachen automatisch irgendwie zur Überprüfung ausstimmt. Achso, ja, stimmt. Die Überprüfung ausstimmt, ja. Lässt, ne. Das passiert öfter mal, wenn manche Buzzwords. Bei Links manchmal. Und Links zum Beispiel. Manche Hashtags auch. Also, da jetzt nicht unbedingt verwirren lassen, wenn man seinen eigenen Kommentar nicht Ich glaube, auch Amazon-Links gehen oftmals direkt in Nirvana. Das kann auch gut sein, ja. Ja, so ein paar Sachen mögen die nicht, ne? Also, ja. Vielleicht muss man das auch mal sagen. Also, wir stecken ja auch nicht in allem drin, ne? Das ist genauso wie mit Werbung zum Beispiel. Man kann Sachen, also Videos bewerben, also monetarisieren. Man kann es auch nicht machen, aber dann sieht man trotzdem Werbung irgendwo. Das hat YouTube vor einigen Jahren, vor zwei, drei Jahren erst eingestellt, ne? So relativ. Ja, ja. Letztens. Das ist auch so eine sehr streitbare Sache, ne? Ja, vor allem, weil es einem halt nicht angezeigt wird. Und dann verstehe ich natürlich die Verwirrung, weil manche Leute natürlich sagen, boah, für ein 10-Minuten-Video. Ich glaube, wir haben das noch nicht so richtig erklärt an alle da draußen. YouTube behält sich das Recht vor, über alles und jeden Werbung drüber zu legen. Ja. Selbst ohne Erlaubnis. Ja, was heißt ohne Erlaubnis, ne? Also, wahrscheinlich hat man es irgendwo mal AGB. Ja, ja, also man hat so eine AGB-Generalerlaubnis erteilt. Aber wenn man selber das Video nicht monetarisiert, kann man trotzdem durchaus Werbung sehen. Aber davon kriegt man dann halt ja nichts, sondern YouTube selber. Ja. YouTube macht dann Werbung in einem Video sogar und kassiert 100 Prozent, ne? Genau. Also, wie gesagt, nicht verwirren lassen. Ich sehe das ja auch öfter. Ich finde es auch blöd, wenn bei einem 10-Minuten-Video fünfmal zwischendrin Werbung kommt. Aber das sind meistens nicht wir. Wir haben eigentlich jetzt, dieses Jahr haben wir beschlossen, diese ganzen Innensachen abzuschalten. Genau. Am Anfang und am Ende kann Werbung geschaltet werden. In der Mitte eigentlich nicht mehr. Eigentlich haben wir es deaktiviert. Das heißt, wenn man sieht. In Video-Werbung haben wir abgeschaltet, ne? Genau. Ja, es hat sich über die Jahre schon wahnsinnig verändert. Aber was natürlich geil ist, ist, sind wir ganz ehrlich, hätten wir so angefangen zu fotografieren, wie es heute andersrum. Findest du es positiv oder negativ, die Entwicklung, die jetzt YouTube über die Jahre genommen hat, in puncto Fotografie und Fotografie-Szene? Weil ich wollte jetzt gerade sagen, boah, hätten wir das damals gehabt, dieses freie Wissen, wie geil wären wir geworden. Aber ich glaube, jetzt ist das Problem, oh fuck, das ist so viel. Ich finde das Geile gar nicht mehr von, also die Spreu vom Weizen zu trennen ist. Das ist halt so, das Ding dachte ich nämlich auch gerade, es ist halt alles so ein bisschen beliebig geworden, ne? Also beliebig, also so ein Überangebot schafft natürlich auch, ja, dass du dich erstens nicht mehr zurück, also zurecht findest. Ja, die Spreu vom Weizen trennen. Ich weiß nicht, früher musste man sich halt konkret irgendwie, weiß ich nicht, aussuchen. Aber man musste wirklich aktiv nach etwas suchen. Ja. Und vielleicht auch mal den einen oder anderen Thaler ausgeben, weil sowas bei YouTube, also früher hat ja bei YouTube, haben ja die wenigsten bei YouTube irgendwie kostenlosen Content gemacht. Kostenlosen Content hochgeladen, eher so, um vielleicht andere Sachen zu bewerben. Ja. So mal einen Ausschnitt hier, mal einen Ausschnitt da. Aber wirklich jetzt so. Ja, also es hat sich ändert, so Fritz Meinecke oder unsere Destination Reihe oder sowas, ne? So komplette Produktionen, Seven vs. Wild oder sowas, ne? Das ist doch, glaube ich, nochmal was anderes, weil das hart durchfinanziert wird. Ist ja trotzdem egal, es läuft auf YouTube und es ist... Man zahlt kein Geld. Es ist ein valider Inhalt, ne? Also das ist Destination ja auch. Gut, ja, fairerweise, ja. Also das ist, man zahlt gar nichts und man kriegt de facto viele Kinofilme. Ja, naja. Was ich letztens schön fand, da hat uns jemand was zukommen lassen. Also wir haben ja so einige Produkte, die Name Your Price sind. Können wir gleich über eins sprechen. Und da hat uns jemand, man kann auch Notizen reinschreiben, die wir auch lesen. Wir lesen die tatsächlich. Also Anmerkungen zur Bestellung meinst du? Ja, genau. Und da hat jemand reingeschrieben so, hey, wie hat das formuliert? Irgendwie hat er gesagt, ihr habt mir so viel Kinobesuche erspart. Erspart? Ermöglicht? Ja. Ne, erspart hat er, glaube ich, geschrieben. Im Sinne von die Abende, die ich gefüllt habe mit euch und nicht mit Kino oder sonst was. Dass ich euch einen Teil des ersparten Geldes zurückgeben möchte. Der hat so Lieder draufgehauen. Aber weil er halt einfach so gesagt hat, hey, jeder Kinobesuch für zwei Stunden Kinofilm kostet mich irgendwie 15 Euro mit Ehefrau 30 oder sonst was mit Kind. Und die anderthalb Stunden oder Stunde Destination am Abend hat genauso viel Spaß gemacht. Und war genauso cool und hier sozusagen die Bezahlung. Das fand ich sehr nett. Also das fand ich sehr, sehr, sehr nett. Und was man vielleicht auch bei den Abonnenten mal erwähnen muss, man muss auch mal Danke sagen an all diejenigen, die uns aktiv unterstützen als Channel Supporter. Weil wir ja ein ganz komisches System fahren. Ja, stimmt, genau. Kanalmitgliedschaften gibt es ja auch noch nicht so. Also ja, gibt es jetzt schon ein bisschen länger bei YouTube. Ist ja eigentlich darauf gemünzt, dass man mehr bekommt. Mehr bekommt. Zusatzinhalte, das machen ja auch viele so, dass es dann halt extra Videos nur für Kanalmitglieder gibt und so. Aber ja, haben wir nicht gemacht, offensichtlich. Ja. Sondern wir wollten das einfach so als Möglichkeit nehmen, dass uns Leute halt unterstützen können. Unabhängig von der Verpflichtung, was zurückzugeben. Sondern einfach nur sagen, hey, das, was ich mache, ist cool, ich unterstütze euch. Deswegen ist bei uns die Kanalmitgliedschaft sozusagen benefitlos. Naja, oder besser gesagt, Leute, die das nicht möchten oder können, verpassen auch nichts. Ja. Das ist dann die positive Formelung davon. Ja, wir wollen ja nicht per se jemanden ausschließen aus unserem YouTube. Ich glaube, man wird halt auch sehr schnell irgendwie so ein bisschen gierig. Weil man dann sagt so, ah, die Leute, die zahlen, die kriegen jetzt mehr. Und dann muss man darum kämpfen, dass sie mehr bekommen. Und je mehr die bekommen, je weniger die anderen bekommen. Ja. Und das ist ja auch das, das, das... Ich glaube, das bedingt sich auch gegenseitig halt so. Ja. Ich glaube, mit mehr zahlenden Leuten, die extra Sachen bekommen, werden die normalen halt weniger. Ja. Aber es wird auch insgesamt weniger, weil man ja denkt, man kriegt ja auch nichts mehr für Umme. Ja. Quasi. Und ich glaube, das ist auch bei vielen Marken schon passiert, dass man kann die Differenz zwischen zwei Produkten natürlich auf zwei Arten vergrößern. Das ist genau. Das ist jetzt nämlich mein deutsches Bahnbeispiel oder Lufthansa-Beispiel. Ja, nee. Ich habe das bei der Inflationssache letztens gehört. Inflation, das gibt nicht eine versteckte Inflation, wie zum Beispiel, wenn man jetzt jeden zweiten Koffer geht verloren auf Flugreisen, so übertrieben, aber gefühlt. Und das heißt, man hat also ein viel höheres Risiko, den Koffer verloren zu bekommen, weil der halt weniger Personal ist, schlechter ausgebildetes Personal. Die Firmen sparen sozusagen und der Leidtragende ist der Kunde. Und das ist eine versteckte Inflation, weil man für den gleichen Preis weniger bekommt. Das heißt, eine mehr Wartezeit am Flughafen. Du musst früher, konntest du immer kürzer zum Flughafen gehen, weil alles schneller wurde. Seit Corona wird immer alles länger. Die wollen ja vier Stunden vorher bei internationalen Flügen, dass du dort bist, so gefühlt. Und du wartest ja eine Stunde, bis dein Gepäck wieder da ist. Also das heißt, das ist das deutsche Bahnbeispiel. Diese versteckte Inflation macht einfach das reguläre Produkt schlechter. Ja, genau. Anstatt halt die erste Klasse besser zu machen, um den Abstand zu vergrößern, macht man die zweite einfach schlechter. Und damit hat man auch gewonnen. Und damit ist der Abstand immer noch der gleiche. Jetzt mit noch mehr Luxus. Ja. Ja, kann man de facto schreiben. Ja. Die Differenz ist größer geworden. Ja, absolut. Jetzt bekommt man noch mehr als in der zweiten Klasse. Ja, eigentlich bekommt man halt normalerweise einfach weniger. Aber ja. In der anderen Klasse. Das ist alles eine Frage der Formulierung. Ja. Aber ich glaube, das ist ja menschlich, dass man dann irgendwann sagt, die zahlen ja nichts, die kriegen weniger. Ich konzentriere mich jetzt auf die, die zahlen. Und dann hat man irgendwie so. Er macht ja auch sinnbuchhalterisch. Nee, nicht buchhalterisch. BWL-mäßig. Wirtschaftlich wahrscheinlich generell, so gesagt. Ja. Aber ich glaube. Schwer. Ja. Also. Ich glaube, wenn wir nicht so eine gewisse Verrücktheit hätten, dann wären wir auch nicht so weit. Und jetzt wollen wir über das Nächste sprechen. Ich wollte gerade sagen, das ist eine super Brücke, die wir jetzt gebaut haben. Ja, super. Ein Grund, warum wir einfach nicht erfolgreich werden bei YouTube, wie es andere werden, ist, weil wir einfach viel zu nerdig sind. Hast du den Kommentar gelesen? Ja. Den fand ich sehr lustig. Ja. Zugst du ihn raus? Ja. Erklär mal, du. Oh, die Sarah hat geschrieben. Was hat sie denn geschrieben? Ach, keine Ahnung. Wo war er jetzt? Ach, Kommentar. Hast du jetzt gerade gesagt, ach egal. Also, weil wir viel zu nerdig sind, ja. Also, wir hatten ja schon angekündigt. Und ja, das ist jetzt irgendwie die zweite, dritte Ankündigung oder so. Das hat auch jemand geschrieben. Boah, Daune Ankündigung. Aber nee, das ist gar nicht so viel gewesen, oder? Nee, wir haben einen Newsletter verschickt und jetzt letztens ein Video dazu gemacht. Also, ja, wir haben es wahrscheinlich hier auch mal in diesem Kreis angesprochen. Moment, ich kann gerade, ich hoffe nicht, dass, alles gut, ich hoffe nicht, dass. Okay, dass da bald was kommt, nämlich eine neue Videostrecke. Und zwar, also ja, das Thema ist nerdig, denn es geht um Sensorentechnik. So. Und das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir das alles ein bisschen gaga und Banane machen. Mhm. Denn das Produkt gibt es ja schon. Also, diese Videostrecke existiert schon. Und die existiert jetzt auch nicht erst seit gestern, auch nicht seit vorgestern, sondern ich glaube schon, das hat auch jemand angemerkt, weil wir das in dem Video noch gesagt hatten. Das haben wir jetzt vorproduziert, dass wir nach den Sommerferien oder so damit anfangen. Wobei natürlich auch, glaube ich, in manchen Bundesländern noch Sommerferien sind. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube schon. Aber. Jetzt sind noch Sommerferien. Also, die letzte Woche. Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Baden-Württemberg bis Zehnten gehen. Ich suche gerade den Kommentar, der war so lustig. Aber nicht fies, muss man auch wieder sagen. Nein. Wollte nur sagen, dieses Produkt gibt es jetzt halt schon länger, auch bei uns schon im Store zu kaufen, regulär. Und trotzdem wollen wir es halt noch zusätzlich auf YouTube halt mit veröffentlichen. Weil wir es irgendwie cool finden. Oder? Kann man so sagen. Ja. Boah, ich finde ihn gerade nicht. Also, auf jeden Fall war er so. Kannst du ihn nicht durchsuchen? Nee. Achso, ich habe unbeantwortet. Achso, hast du beantwortet. Ah ja, stimmt. Ja, habe ich ja beantwortet. Dann haben wir es gleich. Hier. Hallo. Für mich schwierig, das Video zu kaufen. Denn immer, wenn ich euch begleite, habe ich das Gefühl, dass ich auf halber Strecke verliere. Oder, dass ich euch auf halber Strecke verliere. Ich glaube, andersrum. Aber egal. Da ich mich immer intellektuell unterlegen fühle. Ich glaube nicht, dass ich zu blöde bin, sondern dass mich das einfach sehr anstrengt. Ich liebe eure Videos, aber ich habe oft das Gefühl, dass ihr euch verzettelt. Mag auch an mir liegen. Werdet ihr jeweils auch etwas für Hobbyfotografen machen, die nicht sechs Semester Mathematik, Germanistik, Physik und so weiter studiert haben? Oder gehöre ich nicht zu eurer Zielgruppe? Ich finde den jetzt ehrlich gesagt völlig in Ordnung formuliert, weil in dem Moment, wo er gesagt hat, ich liebe eure Videos. Man kann ja auch Kritik anbringen, wenn man irgendwie so etwas Positives mit reinmischt, was ehrlich gemeint ist. Und ich kann es natürlich auch verstehen, in gewisser Weise. Wo hast du denn noch eine Antwort gekommen? Also ich habe mehr als sechs Semester Mathestudien. 30? Ganz so viele waren es ja noch nicht. 29? Ungefähr. Nein, aber wir sind uns schon bewusst, dass die Thematik, also Sensortechnik, ist jetzt kein trivialer Scheiß, sagen wir mal so. Das war für mich auch grenzwertig, ne? Es war, glaube ich, für uns alle grenzwertig, außer auch für Hans, unseren Gast. LK, ne? Und bin schon seit jeher eigentlich in Optik sehr verliebt und in Physik auch. Ja, das ist schon starker Tabak, ne? Starker Tabak. Starker Tabak. Sagt guter Matthäus. Aber um es nochmal kurz runterzubrechen. Ja. Wir wollen Dinge bringen, die sonst keiner bringt. Wir wollen Dinge bringen, die uns selber interessieren. Ja. Das fasst es wahrscheinlich mit am besten zusammen. Ja. Und wir versuchen das schon irgendwie so nutzbar zu machen, dass man das verstehen kann. Ich finde zum Beispiel ein weiterer Kommentar, der Old Swede hat gesagt, die Videos sind leider sehr zerhackt, da Martin immer wieder unterbricht und vom Thema abweicht. Sehr schade. Dadurch verschwindet der rote Faden. Also offensichtlich hat er es sich gekauft und angeguckt. Ah. Oder? Weiß ich nicht. Oder er bezieht sich auf eine Objektivstrecke. Das kann auch sein, dass er das, wo wir müssen jetzt eigentlich mal, das könnte auch sein, dass er einfach über die Objektivstrecke spricht. Kann sein. Also für mich ist das natürlich vor der Kamera bei der Sensorstrecke auch hart schwierig, weil ich einerseits das selber verstehen muss und andererseits das so runterbrechen muss, dass die Zuschauer, die eben nicht sechs Semester Mathematik, Physik und sonst was studiert haben, eben noch mitkommen. Ja. Und ich glaube so jemanden wie den Hans, der ja in dieser Thematik drin lebt. Ich glaube, wenn man den frei laufen lassen würde, dann würde niemand mehr was verstehen. Das sind so Kommentare, die machen mir wirklich auch zu schaffen, abends im Bettchen. Da weine ich mich dann in den Schlaf. Weil ich selber hinterfrage dann, Thilo, ob ich das falsch gemacht habe. Also ich will doch niemand sein, der unterbricht oder vom Thema ablenkt. Weißt du so, was ich mir ja versucht habe, ist, dass das irgendwie verständlich runtergebrochen wird, dass er nicht zu schnell weggaloppiert mit den Gedanken. Also ich glaube auch, das ist gelungen. Ich glaube natürlich, also und natürlich kann ich irgendwie, was heißt nachvollziehen, nee, kann ich eigentlich nicht, wenn man so schreibt, dass einem dann der rote Faden abhanden kommt. Also weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, du hast das schon ganz gut gemacht. Ja, nee, aber du merkst selber, das ist schon, wo ich so ein bisschen mich hinterfrage. Ja, weil ich finde, das ist auch so eine persönliche Unhöflichkeit, Leute zu unterbrechen. Aber in einer Konversation, wo es um so harte theoretische Themen geht, muss jemand halt einfach auch ab und zu so ein bisschen Stopp schreien. Ja, man muss schon irgendwie moderierend eingreifen, weil man ja nicht nur, es soll ja keine Physik Vorlesung sein. Ich meine, warum heißt das Vorlesung? Weil einem das vorgelesen oder vorgetragen wird. Ja. Da gab es halt keine Zeit, irgendwie mal kurz Pause zu machen. Stopp, können Sie da bitte vielleicht noch mal ein bisschen anders erklären? Oder fangen wir noch mal kurz ganz von vorne an? Ja. Also natürlich will man den Fluss nicht rausbringen, aber es muss ja, gerade weil es so ein sehr nischiges und nerdiges Thema ist, muss man natürlich auch irgendwie, also wir hätten die Strecke doppelt so lang machen können, theoretisch. Ja, hätten wir nicht machen können, weil wir hatten die Zeit dafür nicht. Hans war ja nur drei Tage da. Ja gut, aber wenn, theoretisch, wenn er jetzt noch gesagt hätte, hey, ich bleibe noch eine Woche hier. Ja, der hätte die zehnmal so lang machen können. Ja, definitiv. Aber die Frage ist, ob er es dann hätte noch verstanden, ne? Ja. Also ich fand schon, als er die Programmiersprache da die Programmiersachen rausgezogen hat und die Python-Code-Zeilen da durchgegangen ist, wow, 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 wow. Ich will nur sagen, wir sind natürlich schon bemüht, das auch auf einem Level oder so zu halten, wo es auch noch okay ist. Ja, das ist, Tito, das ist halt, das ist ja auch ein Risiko an alle da draußen, das ist, wir hatten uns sehr lange überlegt, das überhaupt zu machen, weil die Leute leben in der Welt und wollen sich 60 Sekunden TikToks reinziehen. Die Tutorials, die ich jetzt gerade sehe, sind bei TikTok, hey, guck mal hier, cool, da, bam, 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 nix erklärt und irgendwann ein cooles Bild gezeigt, Bilder, zehn Stück in drei, ich habe ja Tutorials oder Fotos gesehen, wo man 20 Bilder in zehn Sekunden gezeigt bekommt und dann sagt, oh, super cool, auf die Musik, kennst du die? Fertig, so. Die tollsten Shot aus 2023, da steckt zehn Jahre Arbeit drin, fertig. Also diese Schnelllebigkeit, dieses Hingerotzte und auch dieses teilweise, dieses superpauschale. Ich finde ja das Hauptproblem bei heutigen Kurzvideos, Shorts, Instagram, TikTok, Reels, die sind einfach alle falsch, weil die Ausnahmen in der Fotografie meistens mehr sind als die Regel, weißt du? Also du musst ja Strukturen erklären, du musst ja Hintergründe erklären und du kannst ja nicht nur eine Sache zeigen und eine Regel aufstellen, weil die wird in 99 Prozent der Fälle eben falsch sein. Und in so eine Welt entlassen wir einen Hans Schlüter, was ich meine, wir hatten ja auch teilweise, also das, da habe ich lange mit Tilo drüber gesprochen, wir hatten auch Diskussionen darüber, ob wir das überhaupt dem Hans antun können. Ich bin nämlich jetzt gespannt, was da in den Kommentaren kommen. Ich bin auch sehr gespannt und das hat er auch ja, das war so ein Kommentar, der mir so im Gedächtnis geblieben ist, so von wegen, dass er, so sinngemäß jetzt weiß ich nicht, dass er keine Lust hat, sich das anzugucken auf YouTube, weil das ja dann eh, wenn irgendwer mal was halbwegs schreibt oder so, wir das dann wieder einstellen. Und ich muss sagen, dann guckst du halt nicht. Dann halt nicht, aber es tut mir fürchterlich, fürchterlich leid, da hat es mir auch bei den Objektivstrecken und bei 100 Jahre Kameratechnik noch viel mehr. Nicht, weil das irgendwie gegen uns geht oder gegen Martin geht, sondern vor allem, weil wir einen Gast hier einladen, der sich Mühe gibt, der Bock auf das Thema hat und dem dann genauso über den kommentatorischen Mund gefahren wird durch welche blöden Kommentare. Und das muss sich keiner antun. Und dann sagt man, ja, dann schaltet die Kommentarfunktion noch ab. Ist auch Banane. Also finde ich auch, wir wollen ja schon irgendwie einen vernünftigen Austausch haben oder nachfragen oder so. Und ich bin mir sicher, genauso wie Anders damals die Kommentare mitverfolgt hat, würde es auch Hans tun, um da gegebenenfalls irgendwie drauf zu antworten. Dann finde ich viele Sachen einfach unangebracht. Punkt. Und dann sollen es halt nur die Leute sehen, die es interessiert. Also die wissen, dass es sie interessiert. Weil interessieren können es, glaube ich, mehr Leute, als sie denken. Ja, ich habe das auch gesehen. Jetzt schon zu sagen, das war Sternstundenfotografie. Jetzt schon zu sagen, wenn mir die Kommentare nicht gefallen, kommen die weiteren Videos nicht, finde ich sehr unangebracht und hinterlassen so ein merkwürdiges Gefühl. Ich werde nicht schauen, weil ich denke, nach spätestens der Hälfte kommen keine weiteren Folgen, weil man wieder sich zu Unrecht beleidigt fühlt. Zu Unrecht finde ich schon mal ein richtig hartes Wort. Also erstmal beleidigen ist ja, sich beleidigt fühlen ist was ja Subjektives. Genau. Das kann man vielleicht nicht absichtlich beleidigt werden, aber sich beleidigt fühlen kann niemand anderes steuern. Also das ist so, wenn ich dir sage, du bist aber ein Monster und ich will dich damit loben, aber du nimmst es als Beleidigung auf, dann kann ich nicht sagen, das ist zu Unrecht beleidigt, weil wenn es für dich halt der Kommentar beleidigt ist, dann ist er für dich beleidigend. Tut mir leid, dass du dich angegriffen fühlst. Das ist auch so, weißt du? Das ist so eine Umkehr, so eine Opfer-Täter-Umkehr, so ein bisschen. Gut, großes Wort jetzt, aber ja. Ja, aber man kann dann sagen, hey, ich habe es nicht so gemeint und es war nicht böse gemeint, es tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen oder sowas. Aber zu Unrecht beleidigt fühlen kann man sich nicht, weil das ein subjektives Gefühl ist. Man kann von mir aus dünnhäutig sein, man kann auch von mir aus empfindlich sein, aber das Beleidigtsein ist ja nichts Schönes. Also wenn man sich beleidigt fühlt in seiner Kompetenz, in seiner Art, in seinem Wesen. Also ich fand das jetzt zum Beispiel, als dann in der Sensorstrecke, in der Objektivstrecke, das über diese, weißt du, das war ja super Sommer, das war ja in dem Loftstudio, was noch nicht renoviert war, super dreckig, super heiß und ich war mit meinem Sandalen da gesessen, weil ich den Fuß gebrochen hatte, den Zehen, in Fuerteventura. Und da haben alle irgendwie gesagt, voll unhöflich im Gast, die Zehen in die Fresse zu halten. Also erstens ist das anders, der Einzige, der sich beschweren darf, was mir anders für Sprüche reingezogen hat, als die Kamera aus war. Und teilweise auch an, ja. Ja, aber die krassen, die kamen ja nach Drehschluss. Das hast ja nur du mitbekommen und ich aus so einem Team, der hätte ja wohl gesagt, Martin, jetzt zieh dir mal Schuhe an, ich habe da keinen Bock, das zu sehen. Definitiv, ja. Aber das ist ja so, das ist ja so, wer das geschrieben hat damals, Leute, jetzt mal Butter bei der Fische, ist selber frech, unhöflich und einfach übergriffig, weil es a, anders seine Sache ist, sich zu beschweren. Und wenn man einem erwachsenen Mann, der sich beschweren kann, das Recht nimmt, dass er sich hätte scheinbar nicht beschweren können und da man den Retter spielen muss im Internet, dann ist es schon armselig. Und zweitens ist es einfach unangebracht, weil zum Beispiel niemand wusste, dass ich den Zehen gebrochen hatte und gar nicht richtig in Schuhen drinstecken konnte. Und nur, weil man bei Zehen halt keinen Gips trägt, weil die einfach ... Also ja, so kleine Gipse gibt es gar nicht. Ja, das regt dich richtig auf, Tilo. Das ist einfach so. Ja, man merkt es. Nein, aber ich kann das, mich regt es ja auch auf. Vor allem, also komischerweise, bei mir hinterlässt das auch ein komisches Gefühl, dass man das so ankündigen muss anscheinend, weil es bisher halt bei jeder Reihe, die wir mit Gast gepostet haben, so sein musste. Also ich habe diesen kleinen Disclaimer geschrieben, weil ich es für nötig gehalten habe. Und das an sich ist schon irgendwie komisch, ne? Und genau, das hinterlässt wahrscheinlich ein ähnlich blödes Gefühl bei mir wie auch bei dem Kommentierenden, der das auch komisch findet. Ich finde es komisch, dass ich sowas schreiben muss. Ja, und vor allem, warum sollte man denn 30 Videos, wenn jetzt 30 Videos da sind und man guckt 15 an, dann hat man von 15 was gelernt und 15 was bekommen. Und warum, also wenn ich dir 1.000 Euro geben könnte und ich gebe dir nur 500, dann willst du die 500 nicht, weil ich dir die 1.000 nicht ... Hä? Was ist denn das für eine dumme Logik? Ja, es sagt keine. Also wie gesagt, ich kann verstehen, dass man es vielleicht seltsam findet. Ich weiß es nicht, aber im Endeffekt müssen wir uns damit gut fühlen. Oder vor allem du dich halt. Vor allem ein Hans muss sich damit gut fühlen. Ja, was heißt, über die Jahre ist man ja abgehärtet. Ja. Du erlebst es immer, wie ich morgens reinkomme, sauer bin, dann tröstet ihr mich und umarmt mich und sagt, ich bin ganz toll und dann bin ich halbwegs wieder zufrieden und heule nicht mehr. Das macht halt Marc, du, keine Ahnung, Sarah oder sonst wer. Und das kriegt man irgendwie an den Fernsehern und an den YouTube-Kisten nicht mit. Ich bin halt auch gewohnt, irgendwie was abzubekommen. Also irgendwo schreibt jeden Tag irgendjemand, der Krulow ist ein Depp. Und damit kann ich, damit kann ich, damit kann ich leben zwischenzeitlich. Also das hat hunderttausend YouTube-Oponenten irgendwie auch mitgebracht, dass einem manche Idioten einfach egal sind. Aber so wie du gesagt hast, man holt da jemanden, der völlig unbescholten und ohne jegliche Kontrolle ist. Also der Hans könnte ja nicht mal die Kommentare löschen oder verhindern. Stimmt, ja. Weißt du, und wenn dann jemand anfängt, in irgendwelchen Foren über den zu lästern, wo nicht mal wir die Kommentare wegbekommen. Ach so, über noch den nächsten Weg, ja, ja. Weißt du, da steckt man, Leute, warum kapiert man das nicht, dass es ein Riesenrisiko und Aufwand für die Person und für uns auch ist, so kritische Themen in die Welt hinauszulassen. In eine Welt, die so voller Dummheit, Kurzlebigkeit, 60-Sekunden-Videos, 30-Sekunden-Videos und eine Sekundenschnitte geprägt ist. Ja. Also, ich verstehe es nicht. Ich fahre immer noch vor ihm auf die Knie, dass er das gemacht hat. Absolut. Ich habe so viel gelernt wie selten in meinem Leben, ne? Ja. Also wir können ihm sehr dankbar sein. Ich habe, also wir haben, ja. Ich glaube, mittlerweile haben ein paar mehr Leute sogar was von ihm gelernt, ne? Ja. Und ich hoffe ja, dass auch noch viele Leute was von ihm lernen werden. Ich wollte dich fragen, kriegen wir irgendwie ein YouTube-Forms-Dokument hin, wo man vielleicht für eine Version 2, wenn er wiederkommt, mal Fragen sammeln kann. Ich meine, wir kriegen immer wieder Fragen gestellt, was wir hätten fragen können. Können wir nicht das sozusagen von vorne reinmachen, dass wir so eine Google-Form machen, wo man Fragen reinschreiben kann? Würdest du mir das nicht eigentlich am Ende machen, wenn alles geklärt ist? Nee. Sonst weiß man ja nicht, was kommt. Nee, ich würde das konstant machen. Okay. Lass mich kurz eine Notiz auf meinem Telefon machen. Weil ich fände es echt mal schön, ich fände es schön, wenn man so, muss man natürlich nicht immer dabei sagen, dass, ey, das können ja noch die ein oder anderen Folgen kommen. Das heißt, man muss vorsichtig sein mit seinen Kommentaren. Aber wenn wir dann nachher durch 100 Fragen gehen, dann können wir auch 50 rauslöschen. Also, das ist ja... Ja, ja. Das ist dann kein Problem. Aber ich finde, das sollten wir von vorne reinmachen, ne? Stimmt. Machen wir so ein Forms-Dokument. Weil ich habe zum Beispiel jetzt direkt eine Frage bekommen, da hat jemand geschickt, der hat gefragt, wie ist denn mit Fuji X-Trans? Das ist ja diese DAO-Funktion, die niemand erklären kann. Dieses Dynamic Range Optimizing, wo dann sozusagen, wenn du mit DAO 400 fotografieren willst, musst du auf ISO 800 stellen. Also, weißt du, wo du auch die ISO wegnimmst. Ja, stimmt, so wie das auch bei der, wenn du eine HLG mit einer Z8 oder so machst, hast du auch noch ISO 400. Genau, oder mit der tiefen Tonwertpriorität bei Canon dann ISO 100. Was ja dann auch quasi nur ein bisschen geschummelt ist, ne? Aber die Hauptproblematik, wie wir gelernt haben, ist ja die Anzahl an Photonen und die Zählung der Elektronen. Ja. Die nicht mehr werden. Ups, das war ich, glaube ich. Entschuldigung. Ne, das war ich. Die nicht mehr werden. Was kann denn jetzt so eine Fuji ausrichten, wenn sie einfach, also wir haben ja eh gelernt, ISO 400 ist einfach nur eine Multiplikation von ISO 200. Das heißt, eigentlich ist es auch nur softwaretechnisch. Eben drum. Weißt du, was ich mir überlegt habe, was vielleicht sein könnte? Weil, dass Fuji cleverer ist bei den Highlights mit der Multiplikation. Dass die Sachen, die einem wegklippen, dadurch eigentlich, naja, deswegen hat man ja. Weißt du, dass die Fuji diesen Fehler der anderen Kameras vielleicht sogar nicht macht? Ich glaube, genau so funktioniert das mit diesem Dynamic Range Optimization, nämlich, dass man eigentlich die niedrigere ISO hat, aber eine höhere angezeigt bekommt und dann bei der Multiplikation nicht da hinten. Das wird man alles verstehen. Aber du weißt, was ich meine. Das macht Sinn, dass man vielleicht über den ISO 100 oder ISO 200 Wert sich sozusagen diese Clipping-Sachen rausfischt. Man wird dann wahrscheinlich nur einen Teil der Sachen multiplizieren. Das könnte sein, ne? Ich glaube so. Weil anders macht es ja keinen Sinn, aber es ist eine geile Frage. Also muss man einfach sagen, es ist eine geile Frage. Absolut. Aber sehr spezifisch. Ich glaube, da müsste sich sogar so ein Hans nochmal einlesen ins Thema. Möglicherweise und ein bisschen rumtesten an Rohdaten. Ja. Aber es... Können wir mal an. Leute, wir sind unfassbar geflasht. Nee, ich habe ein bisschen Angst. Das ist weiterhin so der Fall. Ich habe kein Problem damit, irgendwas abzubekommen. Ich habe auch kein Problem damit, dumm dazustehen bei YouTube. Ich auch nicht. Ich schon, aber ich habe mich so ein bisschen dran gewöhnt. Aber ich hoffe, dass es für Hans auch was Positives ist. Hoffe ich auch. Weißt du, auch die Sensorstrecke ist ja so, du musst ja erstmal die Basics klären. Und die richtigen Eye-Opener kommen ja so bei 10, 15, bei Folge 10. Das ist wieder wie bei Destination Namibia. Da fahren wir in Windhock los. Da ist halt noch nicht Namibia. Das war ja unser großer Fehler bei Schottland genauso übrigens. Da waren wir zwei Tage in der Stadt, ohne Highlands zu sehen und coole Nebelschwaden im Moor und so. Also wenn man Destination oder Destination Schottland, Destination Namibia anguckt, dann fängt man an zu sehen. Dann sieht man, wie wir in der Stadt rumlaufen, weil wir da landen. Aber wir haben halt so einen chronologischen Reisebericht gemacht und haben da nicht sehr viel gefaked und nicht sehr viel Kinoschnitt angelegt. Und deswegen wird man eigentlich erst so das originäre, echte, authentische Afrika in den späteren Folgen sehen. Aber da haben vielleicht schon die einen oder anderen abgeschaltet. Kann sein. Das ist nicht so. Und wenn es so sein sollte bei der Sensorstrecke, dann ist das so. Aber trotzdem haben wir Kommentare vielleicht ein bisschen gemäßigter verfassen. Weißt du, was vielleicht nochmal, wir reden sollten darüber, wie es gecuttet ist, also wie es geschnüppelt ist. Kurz an alle, die jetzt zuhören. Wir haben die Sensorstrecke angefangen und hatten erstmal eine, wir hatten uns wirklich sehr viel Aufwand gemacht im Vorfeld und hatten eigentlich Videothemen, die nicht länger als acht Minuten werden sollten oder zehn Minuten. Das hat beim dritten Video schon nicht mehr geklappt. Und dann haben wir gemerkt, dass wir Hans nicht unterbrechen können nach acht Minuten. Und dann haben wir längere Videos gemacht und dann hatten wir nachher das Problem, dass wir die nicht trennen. Wir wollten eigentlich, glaube ich, 70, 80 Videos machen. Und dann haben wir irgendwie zehn gemacht oder so, 15. Ungefähr, ja. Je nachdem, unterschiedlicher Länge, ja. Und manche sind eine Stunde lang geworden. Manche sind eine Stunde lang. Manche sind eine Viertelstunde lang. Wie lange ist alles insgesamt acht, ne? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, acht Stunden plus, minus. Nee, also eher plus, aber... Warum haben einige geschrieben viereinhalb oder fünf? Oder waren es vier? Fünf? Ich kann eben nachgucken. Okay, gut. Aber hast du die richtige Zeit aufgeschrieben? Ich habe mir die richtige Zeit aufgeschrieben, ja. Weil ich glaube, es waren acht. Mal gucken. Ich kann dir kurz weiter erzählen. Und zwar haben wir dann halt sehr viel diskutiert. Und das sind auch Sachen, die aus wirtschaftlicher Sichtweise, es ist blöde, mit einem Angestellten, der Geld verdient, drei Stunden lang zu diskutieren über irgendwas, was gar kein Geld verdient. Aber wir haben wirklich uns hingesetzt, haben sehr viel lang und drüber nachgedacht, wie wir das irgendwie in Häppchen bringen. so dass wir auch in gewisser Weise ein bisschen was für unseren Kanal haben. Und haben uns schlussendlich für die wahrscheinlich blödste Lösung entscheiden müssen, die der Nutzer, der Zuschauer haben kann. Sieben Stunden 45. Boah, krass. Fast acht, ne? Ja. Okay. Wir haben uns für die blödste Lösung entscheidend. Haben wir 15 Minuten oder 10 Minuten Videos gemacht? Je nachdem, wie es passt. Sind ich immer... Also da manche Videos ja auch von sich aus schon 15 Minuten lang sind, habe ich die jetzt nicht noch in 10 Minuten, 5 Minuten Häppchen gemacht. Also zwischen 10 und 15? Ungefähr, ja. Wo ich glaube, tatsächlich das erste Video ist eine halbe Stunde lang, weil es einfach eine Vorstellung vom Hans ist. Aber generell haben wir sehr brutal geschnitten, ne? Ja. Und das wird auch einige, einige böse Kommentare hageln. Wahrscheinlich. Weil man dann halt noch eine Woche warten muss, bis es halt... Oder aber einfach sozusagen unsere Arbeit würdigen, in der Hinsicht, dass man vielleicht doch im Store zugreift. An alle diejenigen, die es schon gemacht haben, vielen Dank. Sehr vielen Dank, ja. Ja, also das muss man sagen. Es haben einige dann doch gesagt, hey, finde ich so interessant, hole ich mir. Und ich finde es sehr, sehr, sehr toll, dass jemand sagt, hey, ich wüsste, ich könnte es kostenlos angucken über die Zeit, aber ich bin bereit dafür, was zu zahlen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Und wollte mich an der Stelle nochmal bedanken. Aber wir müssen natürlich den YouTube-Kanal auch nicht zu krass füttern. Wir können keine Stundenvideos hochladen. Das ist Blödsinn. Das wären sieben Videos nach sieben Wochen fertig und das kriegen wir auch vom Aufwand her nicht hin. Nee. Abgesehen davon, dass es für den Algorithmus wieder... Ja, wieder Kacke ist. Vielleicht eine ganz große Katastrophe ist. Ja, also wir haben halt uns jetzt für 10, 15 Minuten entschieden. Nimm doch auf, oder? Ich gucke gerade, aber wahrscheinlich, ja, wo ist es denn? Da, da nimm doch auf. Wo haben wir jetzt eigentlich? Stündchen 56. Oh, krass. Ja, Tilo. Viel mehr bleibt nicht zu sagen, ne? Ich bete für ordentliche Kommentare. Ach so, okay. Ich hoffe. Ich glaube ja nicht, dass es funktioniert. Tja. Ich, äh... Ja, jetzt kommst du nicht mehr. Sei es drum. Aber trotzdem an dieser Stelle nochmal danke. Also es war, ja, weil, doch im Prinzip war es ja metamäßig schon fotografisch mehr Nerd als Foto, vielleicht dieses Mal, aber... Sehr interessant, dass gerade so 100.000 Abonnenten die Sensorstrecke kommen, ne? Das absolut blödeste und das absolut dümmste, was wir hier gemacht haben. Dann sind wir bald wieder drunter. Boah, das wird die Foren so kaputt machen, ne? Vielleicht. Wer weiß. Allein schon die Tatsache, dass es keinen ISO-Wert gibt eigentlich. Oder braucht. Oder dieses blöde Multiplizieren von ISO-Werten, von Daten, ne? Klärt sich also bald alles. Boah, und der Weißab, weißt du, was mich am meisten genervt hat? Dass dieses Multiplizieren des Weißabgleiches, das Klippen der Farbinformation, also, weißt du, so was, was eine falsche Farbtemperatur für Auswirkungen hat. Ja. Und offensichtlich nicht. Also das heißt, die Herstellerkeken dagegen. Ja, ja. Aber irgendwie können sie nicht, weil sie müssen ratend dagegen kämpfen, irgendwie so. Boah, das ist einfach... Ah, das ist einfach... Ja. Und überhaupt. Diese Strecke ist... Diese Videos sind tödlich. Deswegen, gerne reingucken. Am 31. geht's los. Ja. Das ist Donnerstag. Ja. Wahrscheinlich kommt das ja Mittwoch. Heute haben wir Mittwoch. Heute haben... Nee, morgen ist Mittwoch. Nee, morgen ist Dienstag. Ja, morgen ist Mittwoch. Martin, jetzt, wenn dieses Video rauskommt... Morgen ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Morgen ist Donnerstag. Morgen ist Donnerstag. Klar, heute ist ja Mittwoch. Ja, Mittwoch. Neun? 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 Ist grad neun? Zehn? Zwölf? Siebzehn? Siebzehn Uhr ungefähr. Siebzehn Uhr, klar. Tschüssi und danke, ne? Heute ist Mittwoch. Nein, was redest du? Hä? Heute ist Montag. nicht wahr? Nein. mother otherwise blabber siebzehn Uhr. yes pal Bis zum nächsten Mal.